Hey Leute, ich muss mal kurz auf Toilette, ich komm gleich. Ja, okay, geht klar. Aber wo bleibt die, er sind ja schon 10 Minuten auf Toilette. Lass uns mal gucken, wo der bleibt. Jassi? Lassi? Lassi? Das ist ja eine Spritze. Nicht anfassen, nimm Papier. Hier? Ja. Das ist auf jeden Fall Beteiligungsmittel. Oh nein, nicht in den Keller. Das ist ja eine Spritze. Das tut so weh. Oh Gott, der bringt ihn um. 1, 2, 3, Superlinos kommt herbei! Das ist ja eine Spritze. Jassi! 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 Aufwachen! Boah! Wo bleibst du denn 10 Minuten, suchen wir dich schon. Ja, ich bin auf der Toilette eingepennt, kann ja mal passieren. So, die sind jetzt 8 Minuten. Was war los? Oh, ja. Bitte. Ey, gebt mal alle raus. Also bitte, Ruhe. Was? Das ist... Hör auf zum Lachen! Hör auf zum Lachen! Schau auf! Hier ist ja jetzt ganz viel. Das ist nicht der Wiener. Noch mal, noch mal, noch mal. Ich muss da gleich hin, bitte.